Angesichts ansteigender Totenzahlen in der Coronavirus-Krise hat die Millionenmetropole New York eine professorische Leichenhalle errichtet. Die weißen Zelte sind außerhalb des Bellevue-Krankenhauses in Manhattan aufgebaut. Man rechnet damit, dass die Leichenschauhäuser in der Ostküstenstadt nächste Woche an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und heillos überfüllt sind. In den USA hat die Zahl der durch das Coronavirus ums Leben gekommenen Menschen die Marke von 1000 überschritten. New York hat mit etwa 200 Toten mit Abstand die meisten US-Opfer. Mehr als 68.500 Infizierte sind bisher im ganzen Land bestätigt. Nur China und Italien haben bisher mehr Infizierte registriert. Für das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum gelten weitreichende Ausgangssperren. Restaurants, Bars, Schulen, Museen und Broadway-Shows sind geschlossen.